Oh mein Gott, Leute. Herzlich willkommen zu Poppy's Playtime. Oh mein Gott, ich spiele das zum allerersten Mal. Und wir starten Kapitel 1. Ein enges Gedränge. Wie ist ein Spielgeschehen drin? Okay, ich drücke alle Knöpfe. Ich kann springen. Oh mein Gott, ich kann springen. Oh mein Gott, das ist eine Videokassette. Können wir die spielen lassen? Leif Pierre Closing. LOL, ich habe gerade irgendeine Taste, die jetzt eingesammelt. Ich kann auch sogar crouchen. Oh mein Gott, Leute. Also wir bringen hier schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Ja, das ist ein Videoplayer oder ein Kassettenplayer. Hi, mein Name ist Leif Pierre. Hi, was geht? Gebäude mit versteckten Bewegungssensoren. Oh, Notalarm. Da können wir uns mal auf geile Sachen einstellen, Leute. Wir gehen aber sowas schon in die Maste rein, hier. Wir haben wohl jetzt sehr viele Wege zur Auswahl. Okay, ich kann die Tür öffnen. Ja, Brudi, ja, wo soll ich denn jetzt hier gerade hin? Ich habe so viele Wege zur Auswahl. Hahaha, geil. Du kriegst Poppy Playtime auf meinen Nacken XD. Korrekt, man. Danke dir, Nate. Ey, wirklich danke für deine 5 Euro. Ey, das ist nicht selbstverständlich. Ja, ey, ich konnte doch vorhin hier rein, oder nicht? Hier stand vorhin Drücke. Ah, Viereck war das. Das ist für mich hier alles zu dunkel, bin ich euch ehrlich. In der Fabrik, ne? In dieser verlassene Fabrik. Was haben wir denn hier? Noch ein Spielzeug. Äh, ist es zu dunkel? Ich kann nichts hören. Ein Zug. Zug macht Tut-Tut. Hahaha. Okay, gehen wir mal zurück. Ich sehe hier gerade keinen Weg weiter. Oh, das ist ja viel angenehmer, wenn es so heller ist, Alter. Ich kann sprinten. Oder hat sich das gerade irgendwie freigeschaltet von alleine? Genau. Oh! Ein vierstelliger Code. Den müssen wir rausfinden. Vierstelliger Code. Vielleicht sehe ich irgendwo eine Zahl auf einer Wand oder so. Was gibt es denn hier so? Vielleicht müssen wir wirklich alles erkunden. Ich will das Cash haben daraus, Junge. Warte, 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 warte. Bin ich schlau oder bin ich schlau? Auf dem Boden sind farbige Fliesen. Oh mein Gott, bin ich Mastermind oder was? Ne. Ich glaube, aber ich glaube, das hat keinen Zusammenhang. Die sind alle nur in drei Farben. Türkis, Gelb und Rot. Mysteriös, Leute. Hm, was denkt ihr? Was muss man hier machen? Der Zug soll einiges verraten. Habe ich so gehört. Mir wird schlecht, wenn ich mich hier so drehe. Also, grün. Hellrot. Gelb, rot. Oder was? Ja, ich glaube, das ist es. Ich habe es vergessen. Ein Kurzzeitgedächtnis. Aber wie, aber, äh, okay. Ja, der Zug war grün. Ähm, so. Dann, äh, hellrot. War danach gelb und dann rot? Ja, Mann! Oh, jetzt kriegen wir irgend so ein Ding, ne? Wow! Alter, wir können hier so Sachen greifen. Alter, die, die krasse Apparaturen hier. Krasse. Moderne Apparaturen. Yo! Ah, jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen. Wie lang kann denn bitte dieser Arm werden? Ja, das ist satisfying. Können wir da irgendwie rein? Wäre jetzt so schön, um wahr zu sein. Oh mein Gott! Davor war das aber nicht da, ne? Oh. Ey, das ist wirklich wie so eine Art Rätsel. Das ist ja crazy, Alter. Yo! Ihr schreckt mich doch nicht so. Also mal fett ins Face. Mit meinen Fettfingern. Bruder, das ist ja schon ultra gruselig, Alter. Hahaha. Junge, ich kriege Gänse auf dem ganzen Körper. Late-Time-Koha hat hunderte verschiedene Spielzeuge. Hört den Schnauze. Gerade wenn's... Gerade wenn's dunkel ist. Ähm. Hallo? Hast du dich bewegt? Hä? Brudi! Danke für den... Danke für den Schlüssel, Bro. Ja, das ist ja die... Da ist ja die Sicherung durchgebrochen. Können wir jetzt hier durch? Ja! Mein Gott. Oh Leute, falls du noch kein Like da gelassen hast, lass auf den linken Like da. Ja, nur für Personal, wir sind Personal. Vergiss nicht, sei nett zu anderen, pünktlich. Nicht böse, zu Leif Pierre. Sei nicht, nach 20 Uhr in der Anlage eine Last für die Arbeiter. Grund für Fehlfunktionen im Innovationszweig ohne Erlaubnis. Ja, da haben wir schon mal alle Regeln gebrochen, dieses Scheißviech, was hier rumpflegt, Alter. Greifen, um Strom umzuleiten. Wo muss der Strom umgeleitet werden, ist hier die Frage. Ganz am Eingang war das. Mit Draht umwickeln, um Strom zu erzeugen. Ist das ein Draht? Yo! Ey, das ist ja viel komplexer, als ich gedacht hab. Yo, wir haben es geschafft. Geil! Ja, okay, also wir haben hier jetzt Strom. Muss ich jetzt zur Lobby zurückgehen. Okay. Nee! Das Viech ist weg. Das Viech ist einfach weg. Also Leute, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, aus dem Stream entsteht hier ein Video. Ein geiles, knackiges Video. Ich hab das Gefühl, also wenn mir das jetzt zusagt, Ich hol mir irgendwie Kapitel 2 und 3. Dann zocken wir das, Leute. Ist ja wohl die Frage, wofür man sich das holen kann. Ja, okay, checken wir mal den. Yo! Übertreib mal nicht. Übertreib mal nicht. Mach das Ding aus. Ich glaube nicht. Okay, was erwartet uns hier? Wir haben hier einen Speicherpunkt. Hier, wieder ein Farbenspiel, Alter. Ich glaub's nicht. Oh! Hab ich eingesammelt. Was ist, wenn ich da runterspringe? Sterbe ich da? Wir sterben nicht. Rot. Brauchen wir die Dinger für oben? Da oben ist grün? Das muss hier schon irgendwie weitergehen. Die Frage ist halt, auf welche Art und Weise. Ich drücke nicht Viereck. Dann hab ich, glaub ich, jetzt alle. Weil dieses Kanal ist jetzt auch Kali. Oh man! Was passiert da? 3FA. Kann er mich nach da bringen? Oder bringt er mir irgendeinen Gegenstand? Schön. Was ist das? Ja, der rote Handschuh. Jo, geil! Geht fit. Sehr schön. Use responsibility. Geil, jetzt sind wir zwei Handschuhe. Okay, Leute. Konzentration. So. So. Easy. Ja, hier muss ich mich hocken. Ja, guck mal. Ducken kommt jetzt hier auch mal zum Einsatz. Was ist denn das da, was ich hatte? Oh, okay. Jo. Jo, wir sind einfach gerutscht. Speicherpunkt. Okay, erforschen wir hier mal diesen, diesen Raum. Raum. Oh nein, wir müssen jetzt hier ein Elektrospielchen machen. Oh, stimmt. Wir müssen uns ja auch merken, dass wir jetzt auch die rechte Hands haben. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Alter, was ist das? Jo, ist das ein Glitch? Ist das ein Glitch? Ne. Dann müssen wir, glaub ich, einfach nur hier drumherum. Dann aktiviert sich das Ding. Bitte, bitte funktionier. Ja! Hä, wo sind wir? Hallo? Hallo, alles Kopfhüber? Fuck, wir sind ein Spielzeug geworden. Danke für deinen Tipp, Max. Dankeschön. Als wärst du ohne Chat nix. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es wird ernst. Es wird ernst, meine lieben Freunde. Okay, wir sind wieder. Wir sind wieder back. Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Adoptionsfreunde. Adoptieren Sie doch heute ein Waisenkind. Nein, danke. Niemand geht ohne ein Spielzeug. Ja, schön, dass da auch keins ist. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier gelandet, meine lieben Freunde? Benötigt Strom. Aber gehen wir mal hier denn die Treppe hoch. Neue Stromspielchen, Leute. So, das. Da machen wir einen auf. Ja, komm, machen wir nur hier. Weil das spart uns... Spart uns ein bisschen was. War das schlau? Aha. Ah, nee, 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 nee. Das war wirklich schlau. Wir sind noch connected. Wir sind noch connected. Wir machen jetzt... Ja. Schaut euch das mal an, Leute. Dann machen wir den hier. Dann gehen wir durch die Mitte durch. Yo, Leute. Bus geht ab. Das war gerade ein Sound. Dass wir irgendwas richtig gemacht haben, oder? Ja, das sieht irgendwie richtig aus. Hier geht's hier unten weiter. Weil hier unten habe ich eigentlich nichts gefunden. Ah, jetzt können wir das hier machen. Okay, das... Das, was wir oben gemacht haben, hat das jetzt hier gerade bewirkt. Ne, in der Mitte will doch nochmal gestreichelt werden. Ich spüre das. Hier. Oh. Alter, Marvin. Das ist das, was wir erzeugt haben. Alter, was war das denn für ein Wesen? Made a friend. Oh, ich wusste es. Bist du akzeptiert? Oh mein Gott. Oh. Ah. Laber nicht. Geh weg, Junge. Ah, meiner Kolben, Alter. Wohin soll ich laufen? Oh. Oh. Oh mein Gott. Haben wir jetzt eine Taschenlampe? Ich kriege Gänse unter dem ganzen Körper. Was bist du für ein Wesen? Oh mein Gott, die Musik, die Musik, die Musik, die Musik, die Musik. Wo geht's hin? Lass mich hier runter. Wo ist der richtige Weg? Hier gibt's tausend Wege, hab ich das Gefühl. Hier, Rot. Upp, 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 der schnell, der schnell, der schnell. Ich hör den, ich hör den in meinem Nacken. Ich hör den in meinem Nacken laufen. Ist es richtig hier? Ich muss mich bestimmt gleich irgendwo links oder rechts. Ja, Junge. Links, 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 links. Ah, jetzt seh ich's. Warum zittert er so? Wie bin ich hier? Junge, lauf! Okay, hör dich, ich mach hier Pause. Alter. Ich verspende den Weg. Der ist gestorben. Alter, ist das brutal. Ich will hier eigentlich nicht reingehen, ne? Oh mein Gott, nein. Ey, es wird ein Jumpscares kommen. Ich seh's jetzt schon. Sieht ganz normal aus hier erstmal alles. Musik, oh, das ist, oh. Ich schwitze. Gemütlich. Schon, ne? Jetzt wird gleich irgendwas passieren, Digga. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Es ist irgendwie, ne Pupp. Oh mein Gott, Alter. Schaut euch das mal an. Ach, das ist Pop. Das ist Poppy? You opened my case. Yo! Ja, Leute, das war's von Poppy Playtime. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts dazu zu verpassen. Teilt das Video auch gerne. Danke an die Member. Und dieses Banger-Video hier würde ich auf gar keinen Fall verpassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.